Rettung der letzten Überlebenden in eingestürztem Hotel in Kröw. Rettung der letzten Überlebenden in eingestürztem Hotel in Kröw. Rettung der letzten Überlebenden in eingestürztem Hotel in Kröw. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages ereignete sich in Kröw an der Mosel eine dramatische Szene, als die Einsatzkräfte nach dem schrecklichen Einsturz eines Hotels im Herzen der Stadt vor Herausforderungen standen. Nach umfangreichen Rettungsmaßnahmen konnte die letzte Überlebende unter den Trümmern geborgen werden, was die Behörden und die Anwohner gleichermaßen emotional bewegte. Der Vorfall fand in einem beliebten Hotel in Kröw statt, das aufgrund seiner historischen Bedeutung und seiner hervorragenden Lage am Moselufer zahlreiche Gäste anzog. Der Einsturz des Hotels in Kröw, das als eines der ältesten Gebäude in der Region bekannt war, ereignete sich gegen drei Uhr morgens, als die meisten Gäste und Angestellten in ihren Zimmern schliefen. Die genauen Ursachen des Unglücks sind derzeit noch unklar und werden von den zuständigen Behörden untersucht. Die Rettungsmaßnahmen begannen umgehend, als die ersten Notrufe eingingen. Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk THW arbeiteten rund um die Uhr, um nach möglichen Überlebenden zu suchen. Zeugen berichteten, dass sie gegen frühe Morgenstunden laute Geräusche hörten, gefolgt von einem erdrückenden Krach, der sie aus dem Schlaf riss. Eine Anwohnerin äußerte, dass sie zuerst dachte, es habe ein Erdbeben gegeben. Ihre Befürchtungen wurden schnell zur Realität, als sie sah, dass das Hotel in sich zusammengefallen war. Die Retter setzten moderne Suchtechnologien ein, darunter Wärmebildkameras und Suchhunde, um bessere Ergebnisse bei der Suche nach Überlebenden zu erzielen. In den ersten Stunden nach dem Vorfall wurden mehrere Gäste tot aufgefunden. Dennoch gab es einen Funken Hoffnung, als ein leises Geräusch aus den Trümmern gehört wurde. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Quelle des Geräuschs und fanden eine Überlebende in einem beklemmten Zustand, jedoch lebend. Sie befand sich in einem Raum, der von der Wucht des Einsturzes nicht völlig zertrümmert war. Diese Rettungsszene wurde vom Einsatzleiter als das Licht am Ende des Tunnels beschrieben und gab dem Team neuen Mut. Die letzten Tage waren für die Gemeinde Kröw, die für ihre Weinproduktion und ihre gastfreundliche Atmosphäre bekannt ist, von großer Trauer geprägt. Bewohner und Touristen waren schockiert über den Verlust und viele kamen am Rand des abgesperrten Bereichs zusammen, um ihre Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. Die Bürgermeisterin der Stadt forderte eine umfassende Untersuchung des Vorfalls, um derartige Tragödien in Zukunft zu verhindern. Sie wies darauf hin, dass die Sicherheit der Bürger und Besucher in Kröw an der Mosel oberste Priorität hat. Der Hoteleinsturz hat nicht nur Leben gefordert, sondern auch die touristische Infrastruktur der Region betroffen. Hotels in Kröw sind für ihre Qualität und ihren guten Service bekannt. Der Verlust eines so wichtigen Teils des Hotelangebots wird eine bedeutende Auswirkung auf die lokale Wirtschaft haben, besonders in der Hochsaison, wenn die Weinfeste der Mosel zahlreiche Besucher anziehen. Der Wiederaufbau und die Unterstützung der Geschädigten werden nun höchste Priorität haben, während die Gemeinde sich in dieser schwierigen Zeit zusammenschließt. Kröw hat eine resiliente Gemeinschaft, die sich durch schwere Zeiten gekämpft hat und könnte in der Lage sein, aus dieser Tragödie gestärkt hervorzugehen. Der Prozess der Aufklärung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da Experten die Ursachen des tragischen Ereignisses ermitteln. Die Gedanken der gesamten Region sind bei den Opfern und ihren Familien. Autor Anita Fake, Donnerstag, 8. August Autor Anita Fake, Donnerstag, 8. August